hallo ihr weltenzerstörer abenteurer hobbystrategen und fantasy fans kurz gesagt alle gamer und gamerinnen dieser welt seid gegrüßt jede woche immer donnerstag gibt es im epic store ein paar leckere gratis spiele für euch die ihr euch safe für immer sichern könnt und das nur mit einem klick es waren schon spielegiganten wie arc survival reward borderlands und viele viele mehr dabei und damit ihr immer wisst was es gerade gratis bei epic gibt informieren wir euch jede woche mit einem kleinen info video darüber also abonniert diesen kanal und aktiviert die glocke damit ihr immer auf dem neuesten stand seit was epic wöchentlich für gratis leckerbissen für euch am start hat an der stelle würde ich mal sagen wir stürzen nach dem intro reine das massaker und schauen uns die spiele mal an bis gleich diese woche gratis für euch bei epic gibt es den rollercoaster 3 die komplett edition für alle die nicht wissen was rollercoaster kein ist rollercoaster kein ist ein klassiker unter dem freizeitpark bausimulation spielen es ist einfach nur der hammer ich bin mit dem spiel groß geworden mit dem ersten teil ich kann es euch allen nur empfehlen also wenn ihr bock habt auf wirtschaft management und es schafft einen riesigen park zu bauen der wirklich alle begeistern könnt ihr ein quasi ein meilenstein zu setzen ein freizeitpark dann ist das spiel genau richtig für euch aber das tolle ist diesmal ihr kriegt nicht nur rollercoaster teiken dazu ihr kriegt auch die complete edition dazu von rollercoaster teiken 3 das heißt in der complete edition sind die erweiterung klatschnass und wild also ihr habt die möglichkeit erst einmal neue zusätzliche herausforderungen zu genießen zu dem hauptspiel und ab und raubende wasserparks sowie spektakuläre tiergehege zu bauen und zu betreiben natürlich was auch noch ganz wichtig ist bei dem spiel es ist extra für pc verbessert worden ihr habt das erste mal die möglichkeit das ganze spiel im breitbild auf voller auflösung 180p zu spielen und es ist eindeutig es ist einfach besser verpackt sage ich einfach mal die hardware ist besser geschrieben in diesem spiel diesen edition teil was auch noch ein ganz cooles future ist für das spiel ihr könnt eure fahrgeschäfte selber fahren ihr macht euch quasi so eine eigene persönlichkeit im spiel läuft durch euren freizagpark und könnt eure achterbahn selber fahren auch richtig geil macht richtig fun habe ich sehr sehr gerne gemacht werde ich auch wieder machen weil ich werde mir das spiel auch definitiv holen natürlich ist die ganze kiste auch wieder voll gepackt mit inhalten nur für uns bis zu 500 landschaftsobjekte 300 achterbahnen 60 geschäfte und dienstleistungen sowie 20 tiere die wir halten und pflegen können in diesem ganzen kompletten spiel also wer von euch bock hat auf ein richtig geiles strategie themenpark aufbauspiel sag ich jetzt einfach mal für den ist rollercoast titan 3 die komplett edition genau richtig und die gibt es diesen donnerstag nur für euch bei epic gratis also vergesst es nicht tragt es euch ein greift zu ich wünsche euch viel spaß damit so das war es auch schon wieder für diese woche wir hoffen wir konnten euch weiterhelfen mit unserem kurzen info video über die gratis spiele die es diese woche bei epic gibt im laufe der woche wird es von einem der beiden spiele noch ein angezockt bei uns auf dem kanal geben indem wir uns eins der beiden spiele ein bisschen genauer anschauen ich würde mich natürlich freuen wenn ihr auch da wieder mit am start seid infos dazu findet ihr in der infobox oder gleich im abspann wie ihr zu diesen angezockt videos gelangt ich freue mich jetzt natürlich auch schon wieder auf nächste woche wenn es wieder heißt was gibt es gratis bei epic wir hoffen an der stelle dass das video euch gefallen hat wenn ja lasst uns daumen nach oben da ein abo ein kommentar scheiß egal wir freuen uns auf jeden fall und wir antworten euch an der stelle sage ich jetzt schon mal schüss und bis zum nächsten mal